Eigentlich ist das gedacht, dass du durchkommst. Sam! Darf ich im Tunnel Pause machen? Sam, guckst doch, ob die Katze da wieder drin ist. Sam, was machst du da? Sam! Das ist Lulos Bett und du solltest das nicht aufessen. Das ist nicht sehr nett. Super! So, runter! 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 Es ist Freitag und Freitag ist die Zeit für Hunderschule. Sitz! Sam! Es ist kurz! Sam, sitz! Sehr gut! Bravo! Und jetzt, wo sind denn die Kinder? Der ist geradeaus, nach links. Ach, weil es hier Stau ist. Sam! Komm, du bist auch noch nicht zwölf, du darfst nicht vorne sitzen. Geh auf! Geh nach hinten! Komm her, Sam! Du kannst nicht immer einen Schuss jetzt. Sam, komm her! Ja! Mit Sabrina zusammen. Ja, da hab ich mit ihr hier zusammen. Da hab ich mit ihr hier zusammen. Dann wieder wegstehen. Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ja! Dann hab ich so einen Ausfallschritt. Dann kommt man hier vor. Dann geh ich runter, bis der gerade ist. Und dann geh ich hoch und sag, sitz! Und dann bist du schön. Halt ja hoch, hebt die Nase hoch und fährt der Punkt runter. Und dann sind sie im Vorsitz. Schön ist, wenn sie möglichst dicht dran sitzen. Muss nicht. Wir gehen jetzt halt einfach mal, das muss passieren. Ich bin so schnell, weil durch... Und dann, aus diesem Vorsitz, musst du ja jetzt, wenn ein Papier läuft, irgendwie mit der Hauptsitz aufhust. Aus, nach, 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 nach weiter. Und jetzt, du darfst ja jetzt einmal mit, genau, jetzt setzt es. Sitz! Und jetzt musst du recht suchen. Also, richtigen Rennen für den Sport, das ist so, dass ihr eins, zwanzig Platz habt. Und zwar immer seitschließt und vor. Also, in diesem Bereich, den sie so weggerutscht, dass sie so die Treffen runter haben. Und dann haben die anderen noch so einen Krok. Hoch, 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 Hoch. Hoch, 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 Hoch. Hoch, Hoch, Hoch. Hoch, 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 Hoch. Oh, dieses Knie! Dock warst du das, andere Kliefeln? Cap Christine? Das ist noch nicht ganz snackbaron, EVERYBRECH! Ho Porfen! Den den Nähr sind perfekt. Wo ist überhaupt? Schhoot die. Wielst du nicht im Ne difícil einfach. Sie ist auch so leicht. Also, wenn du irgendwo umsiehst, du siehst die manchmal. Meine nicht. Man hat ja auch die Farbe und diese. Ich đ Приge crazy. Das ist Schuhnärmung. Guck mal, wie ein Platz macht sonst. Panzer ist geil, ne? Panzer. Ah, gut. Panzer, nimm den Panzer. Und dann ist sie auch total aufgeregt, sie muss sich so zusammenreißen und dann kriechen wir beide so rach und irgendwann sage ich dann... Hundeschule ist vorbei, Sam ist erledigt und ich denke, er schläft schon. Oder ist kurz davor. Und wir sind aber gerade losgefahren, also es hat ungefähr drei Sekunden gedauht. War schön, hat Spaß gemacht. Aber er war so typisch Kanekursomäßig. Wenn er nicht mehr machen möchte, dann machte er es nicht. Erstmal machte er es fünfmal und beim sechsten Mal sagte er sich, kann ich, mache ich nicht mehr. Und das war's, legt sich hin. Und genau so war er. Außerdem hat er mitten im Unterricht gewinkelt und war das Einzige dort. Ja, dann mussten wir das wegsaugen. Zum Glück sind sie da gut vorbereitet, haben ganzes Equipment und wir haben das gut wegsaugen können. Also war nicht so schlimm. Die sind vorbereitet auf sowas. Sam, wir sind zu Hause. Komm raus. Hey, faule Socke. Sam, komm. Komm raus. Komm her. Jawohl. Komm. Vorsichtig. Ich bin du 관 chili. Stehar auf. Komm schon limite den Kopf, mit dem range lay 길. Komm schon drなので. Zwischenabgen. Komm schon direkt beim go. Komm schon wieder aufs der Universität der Bühnale. Komm schon muss nach integrated abч mist puis für 19 Authent flexibility und wir Komm schon weiter. Komm schon wieder